Es gibt überall vor Ort, wo die Brasiliener sind, im Prinzip. Natürlich nicht nur, wo die Brasiliener sind, weil es ist wirklich schön und erstaunlich, wie viel sich hier verbreitet. Wenn ich zu Hause das erste Mal erzählt habe, ich gehe zum Fohor und dann sagt Mama, ja, aber zum richtigen Fohor, so, Akkorde und Sabu, Betrink, Fohor. Und dann sagt, ja, ja, Fohor, wirklich, und in Europa und so. Das war eigentlich eher verblüffend. Und es war Fohor und ich dachte, ah, was ist das? Die Nähe und diese Energietauschstimmung, die immer entsteht und durch diesen Tausch fühlt wird man sich immer so neu gelegt. Und das findet man eigentlich heutzutage mit lauter Facebook, WhatsApp, sonst was. Man ist immer in der Ferne und so. Und das ist ja nicht so.